Hallo, hier spricht Co. Am letzten Wochenende habe ich so eine Biatsch im Club kennengelernt. Ich habe sie mir dann gleich klar gemacht und bin mit zu ihr nach Hause gefahren. Natürlich haben wir verhütet, aber hier geht es ja auch nicht um mich. Also, zurück zu meinen Jüngern. Zurück zu Colabo.